Einen schönen guten Abend noch mal in die Runde. Mein Name ist Rosemarie Kirner. Wer mich noch nicht so genau kennt oder lieber nicht kennenlernen möchte, wer mich kennenlernen möchte, der kann das demnächst in Berlin, sofern er vor Ort ist. Ich bin 51 Jahre, noch, wird sich dieses Jahr auch noch ändern, lebe im schönen Bayern, das heißt im nördlichen Teil von Bayern, in der Oberpfalz. Ich habe auch noch ein paar Kinder, ganz nebenbei bemerkt, wenn das interessiert. Ich bin absolut begeisterte Investorin von Skyway, bin begeistert einfach von dieser Technologie und aus diesem Grunde wurde mir die Ehre auch zuteil, dass ich hier dieses Webinar sprechen darf. Ich gehöre nicht zur Firma, ich gehöre auch nicht zu Skyway Capital. Ich bin im Prinzip hier einfach die Sprecherin für dieses Webinar und ja, durch und durch begeistert von dieser einzigartigen Technologie. Skyway, ein Märchen oder bald unsere Zukunft? Ja, als ich die Fahrzeuge das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, wir leben hier in einer futuristischen Welt, das heißt irgendwann in der Zukunft wird sich das abspielen. Aber dem ist nicht so. Das Ganze ist so real, realer kann es gar nicht sein. Und wie real, das werden wir nächste Woche auf der Messe, auf der InnoTrans in Berlin erleben. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Viele von uns sind dabei. Und ja, wir werden auch Bilder schicken von der InnoTrans. Ich habe ja extra eine WhatsApp-Gruppe gegründet, also wer Handy hat, wer WhatsApp nutzt und der auch mit Bildern versorgt werden möchte, weil er nicht dabei ist, melde sich einfach bei mir über Skype. Bitte nicht irgendwo in öffentliche Skype-Gruppen reinschreiben. Es muss ja nicht jeder unsere Telefonnummern haben, aber dürft sie mir gerne zukommen lassen, sofern ich sie nicht habe. Und ich nehme euch dann in diese Gruppe auf. Ich werde aber ein paar Tage später diese Gruppe wieder auflösen. Es soll ja keine Plauder-Gruppe werden. Und ich bitte auch hier nochmal zum Thema Plauder-Gruppe, belastet einfach dabei, dass wir die Informationen euch weitergeben. Wenn ihr Kommentare abgeben wollt, dann mir persönlich gerne, auch der Jana, denke ich mal, die wird sich auch nicht ärgern, wir aktiv dabei sind, aber denkt dran, es sind auch Leute drinnen in den Gruppen, die vielleicht noch mehrere WhatsApp-Gruppen haben, die wollen nicht ständig da irgendwie Bling-Bling-Bling hören. Das von nebenbei bemerkt. Nun, zu unserem Webinar, zu unserem letzten, vor diesem ganz besonderen Event, das wir jetzt diese Woche erleben dürfen. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich freue mich riesig drauf, die Messe in Berlin. Ja, was ist denn Skype überhaupt? Auf welchen Teilen besteht unser Webinar? Natürlich aus der Transporttechnologie an sich. Was ist Skype, was verstehen wir darunter? Dann der zweite wichtige Faktor für uns. Warum ist es denn interessant, hier Investor zu werden? Und das ist im Moment noch hoch, hoch interessant. Dann natürlich werden wir von den letzten Neuigkeiten aus der vergangenen Woche berichten und zum Schluss noch ein paar Fragen beantworten, sofern sie einfach noch gestellt werden und ich nicht genug erzählt habe heute Abend. Ich werde mich nicht mehr verstecken wie anfangs. Ich hoffe, dass das Bild und das Webinar sich miteinander verträgt. Zum Thema Skyway Transporttechnologie. Der Erfinder dieser, ja, fantastischen Transporttechnologie ist der Anatoly Junitsky. Es ist ein Erfinder aus Weißrussland, der bereits seit fast 40 Jahren an dieser Technologie arbeitet, nämlich seit 1977. Und so wie ich mittlerweile gehört habe, stammt diese Idee tatsächlich aus seiner Zeit bei der Astronautik. Also er ist scheinbar irgendwie damit verbunden und aus dieser Zeit muss diese Idee entstanden sein. Er hat diese Technologie natürlich auch patentieren lassen. Sie zeichnet sich besonders auch durch die Vielfalt des Designs und des Technologie-Know-Hows und natürlich auch durch eigene patentierte Engineering-Lösungen. Beispiele davon werden wir natürlich dann auch auf der Messe sehen. Wir sehen auch rechts hier im Bild zwei solcher faszinierender Fahrzeuge. Ein wunderschönes Bild, wie das Ganze in der Nacht aussehen könnte in der Zukunft. Wer ist Anatoly Junitsky? Für mich eine ganz besondere Persönlichkeit, der neben seinen wissenschaftlichen Auszeichnungen auch noch die Besonderheit hat, dass er ein Idealist ist, ein Mensch, der interessiert ist an uns Menschen. Zum Thema seiner Auszeichnungen, er hat 140 Erfindungen gemacht, das heißt er ist Autor von 140 Erfindungen. 30 seiner Erfindungen wurden umgesetzt in der ehemaligen UdSSR mit einem wirtschaftlichen Nutzen von 100 Millionen Rubel. Er ist weiter der Verfasser von 18 wissenschaftlichen Monografien und auch von mehr als 200 wissenschaftlichen Arbeiten. Eine wissenschaftliche Monografie, für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, das ist einfach eine wissenschaftliche Arbeit, die sich nur mit einem Gegenstand befasst. Zudem ist er Mitglied des Bundesverbandes der UdSSR Astronautics, hier hören wir schon mal den Begriff, das seit 1986, sein Steckenpferd scheint es also auch schon früher gewesen zu sein, und der russischen öffentlichen Akademie der Naturwissenschaften und dies seit 2000. Was natürlich für uns ganz maßgeblich ist, er ist der Erfinder und der Chefingenieur des Skyway-String-Transport-Systems. Danke Gott, dass er das ist. Ich freue mich immer wieder riesig darüber, denn ich hoffe, dass es so schnell wie möglich auch hier bei uns mal umgesetzt wird. Was ist Skyway, warum ist es für uns so interessant? Nun, Skyway ist ein modernes, ein ökologisches und auch angepasstes und vor allen Dingen auch sicheres Transportsystem auf der zweiten Ebene. Wir kennen die zweite Ebene schon von der Seilbahn zum Beispiel, aber da gibt es natürlich keinerlei Analogien. Der Transport findet in der Regel in einer Höhe von 15 bis 30 Metern statt, und zwar auf speziell konstruierten Stringstrukturen. Allerdings kann man das Ganze natürlich auch in Stadtgebieten entsprechend anpassen und auch niedriger anlagern. Diese Stringstruktur bietet zudem noch weitere interessante Multiple-Möglichkeiten, nämlich man kann hier auch Strom, Internet oder weitere für die Infrastruktur notwendige Leitungen mit integrieren. Wir sehen hier im Bild ganz deutlich diese schönen Türme, in denen man auch zusteigen kann. Man sieht auch im Bild, was Anatole Junitzky auch sehr ein Anliegen ist. Er möchte die Natur uns Menschen zurückgeben. Er hat sogar in seine Türme diese Bäume eingebaut. Diese Bepflanzung wird überall in seinen Gebäuden mit integriert werden. Also etwas, was mich als Naturfrieg unwahrscheinlich anspricht. Hier sehen wir, warum wir diese Technologie brauchen. Da gibt es natürlich verschiedene Faktoren. Eine ist natürlich der ökologische Aspekt. Das heißt, einerseits, wir haben einen sehr, sehr niedrigen Energiebedarf. Bedingt einfach durch diese Technologie, da gehen wir später nochmal drauf ein. Dann haben wir viel, viel weniger Schadstoffe in der Luft, weil diese Technologie erstens mal mit Elektrizität arbeitet nicht. Wie jetzt zum Beispiel die Autos hier unten im Bild. Diese Schadstoffe in die Luft hinaus bläst durch eben diese Benzin- oder Dieselmotoren. Und wir haben zudem noch wenig Erdverbauung. Das sieht man auch hier an diesen Pfosten, an diesen Pfeilen. Ich zeige jetzt mal kurz hin. Diese Pfeiler sind relativ schmal, hoch. Es gibt natürlich auch diese Ankerpfeiler, aber die werden dann zugleich wieder als Bahnhöfe oder als Zusteigemöglichkeiten genutzt. Die brauchen wir auch, um das Ganze natürlich zu stabilisieren. Aber ansonsten sind diese Pfeiler hier sehr platzsparend. Hier oben sind die Stringschienen hier verbaut. Man kann das Ganze eben sehr gut in Städten, in Ländern mit integrieren, ohne hier ganz stark in die Gegebenheiten einzugreifen. Bedingt durch die Höhe, wo sich die Fahrzeuge bewegen, ist natürlich ein hoher Sicherheitsmaßstab zum Tragen gekommen. Hier schließen Kollisionsgefahren mit anderen Fahrzeugen aus, wie zum Beispiel bei der Straßenbahn, bei Bussen und so weiter, LKWs. Auch der Fall ist, all das können wir in die Höhe transportieren, ob das Transport ist, ob das Personentransport ist. Viele, viele Möglichkeiten. Dann kommt dazu zum niedrigen Transportpreis. Wir haben niedrige, verhältnismäßig niedrige Herstellungskosten im Vergleich zu anderen Transportsystemen und natürlich niedrige Energiekosten. So können wir auch einen niedrigen Transportpreis anbieten. Also ich spreche immer, wie wenn es meine Firma wäre. Also das liegt einfach daran, dass ich liebe und total hinter dieser Idee stehe. Kurz. Die Amortisationszeit, man spricht ja von drei bis fünf Jahren. Das ist gar nichts für solche Systeme. Nehmen wir mal im Vergleich einen U-Bahn-Bau, wie sich das Ganze mal tragen würde. Das dauert Jahre, Jahrzehnte. Und ein ganz wichtiger Faktor ist natürlich auch diese Topologieunabhängigkeit. Dazu werden wir heute im Anschluss an das Webinar meine Neuigkeiten, noch ein paar Beispiele hören oder auch im Webinar noch was sehen. Topologieunabhängigkeit heißt einfach, dass man fast in jegliches Gelände hinein kann. Man kann in die Stadt bauen, man kann über Land fahren, man kann auch in den Berg rauf, man kann ins Meer hinaus. Man kann es ja auch deutlich sehen in den Videos, die wir teilweise gezeigt haben. Ich glaube, das Port-Video habe ich heute nicht gezeigt, aber in den letzten Webinaren, also auch ins Meer hinaus, kann man diese Häfen verlagern, sodass einfach die Erde oder das Land den Menschen zurückgegeben wird. Hier haben wir ein paar Beispiele und das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil von Beispielen. Es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten von den einzelnen Fahrzeugen. Aber hier oben rechts im Bild sehen wir ein Beispiel der Highspeed-Bahn. In diesem Beispiel bis zu 500 Passagiere Kapazität. Dadurch natürlich eine hohe Verkehrsleistung, nämlich eine Tageskapazität bis zu einer Million Passagiere, die auch bedingt ist, erstens mal durch die hohe Geschwindigkeit, die gefahren werden kann, man kann ein Fahrzeug nach dem anderen, wenn man möchte, starten lassen. Sie können eine Distanz zurücklegen, das ist auch einzigartig von bis zu 10.000 Kilometern. Das ist ja enorm, wie wenn ich mit dem Flugzeug fliege. Auch die Geschwindigkeit ist Fluggeschwindigkeit. Und das Einsatzgebiet ist natürlich nicht in der Stadt oder in kleineren Bereichen, sondern die Verbindung von großen Metropolen, das heißt von Großstädten, zum Beispiel Berlin, Hamburg, London und so weiter. Jetzt mal mit unseren Begriffen gesprochen. Rechts im Bild sehen wir dann ein Beispiel für ein Frachttransportfahrzeug, nämlich das Unicar. Und dieses Unicar hat auch extrem viele Einsatzmöglichkeiten. Natürlich Schüttgut, das kennen wir von LKWs, Stückgut kennen wir auch von LKWs. Aber was wir nicht von LKWs kennen, Flüssiggas, Erdöl, all das, Spezialfracht, kann alles auf die Schiene verlagert werden. Man müsste keine Pipelines mehr bauen. Pipeline-Bau würde teurer kommen, wie dieses Transportsystem. Dazu kommt, dass man hier diese Fahrzeuge in zwei Richtungen fahren lassen kann. Oben auf der Hochbahn, unten in der gegensätzten Richtung vielleicht als Hängemodell. Eine Bahn nach der anderen. Was bei der Pipeline nicht möglich ist, das geht nur in eine Richtung. Nur mal im Vergleich hier bei Erdöl oder Erdgas. Distanz kann diese Bahn zurücklegen, 10.000 Kilometer. Also auch enorm. Eine Kapazität dieses Fahrzeugs hier im Bild von 20.000 Tonnen. Das sind 10 LKW-Ladungen. Wenn man sich überlegt, wie viel LKW, das man hier wegbringt von der Straße. Und sie fahren auch mit einer Geschwindigkeit bis zu 120 Kilometer. Also auch ein bisschen schneller wie der LKW. Und die Jahreskapazität ist auch nicht von schlechten Eltern, nämlich bis zu 200 Millionen Tonnen. Also man sieht hier schon eine Lukrativität. Das ist einzigartig. Dann sehen wir unten links im Bild die Stadt- und Regionalbahn, den Unibus. Den dürfen wir, zumindest ein Modell davon, auch in Berlin bewundern. Dieses Modell hier hat zum Beispiel, besteht aus drei Modulen. Man sieht in der Mitte etwas. Wer vielleicht die Videos schon gesehen hat, der hat ja auch dann mal gesehen, wie sich das Ganze aufbaut, so ein Fahrzeug. Da oben ist der Pfeil, der versteckt sich wieder vor mir. Man hat hier ein Modell. Hier ist eine Aufteilung. In der Mitte ist ein Modul. Und hier ist ein Modul. Interessant auch diese vielen Fenster, die es uns ermöglichen, wenn wir hier mitfahren, dass wir einfach hier alles sehen können in der Stadt. Wer vielleicht den besonderen Sitz schon gesehen hat, diese ergonomischen Sitze, die sind auch einzigartig. Dieses Modell hier wird natürlich eingesetzt, schwerpunktmäßig im Stadtverkehr, im Regional- oder Nahverkehr, wie man das auch nennt, auf dem Flughafen, zum Flughafen oder natürlich auch zu diversen Sehenswürdigkeiten. Er kann Geschwindigkeiten zurücklegen und das ist auch einzigartig in der Stadt, bis zu 150 Kilometer in der Stunde. Dieses Modell hier bis zu 100 Passagiere, Distanz bis zu 200 Kilometern und eine Tageskapazität dieses Modells hier, 25.000 Passagiere in eine Richtung. Jetzt werden Sie sagen, oh, wie kann man das an einem Tag schaffen? Das liegt einfach daran, man steuert diese Fahrzeuge mit herkömmlichen Methoden, zum Beispiel mit Lichtschranken. Man kennt es ja auch schon mal an der Ampel. Die Ampel wird manchmal im Berufsverkehr ganz anders gesteuert durch Lichtschranken, wenn viel Verkehr ist, wie zu anderen Tageszeiten. Auch das geht hier mit dieser Bahn, sodass man keine festen Fahrpläne plant, sondern dass man sagt, okay, je nach Bedarf, wenn viele Menschen da sind, fährt sie, wenn niemand da ist, fährt sie eben nicht. Und diese Bahn könnte auf eine nach der anderen fahren, also im Akutfall alle zwei Sekunden, wenn die Leute schnell genug einsteigen, das sage ich immer dazu. Aber das ist einfach einzigartig, was hier möglich ist und auch, wie gesagt, auch in der Stadt, Hochbahn und eben die Bahn unten drunter, die Hängebahn möglich. Rechts im Bild sehen wir ein Beispiel des Unibikes, auch hier werden wir ein Beispiel in Berlin bewundern dürfen. Es fährt aber eine Distanz von 5 Kilometern bis zu 120 Stundenkilometern und einige Modelle haben den Spaßfaktor noch dabei, dass man hier sogar mittreten kann. Solche Fahrzeuge soll man in der Zukunft suchen können für irgendwelche Events, ich könnte mir auch vorstellen, Betriebsausflüge und so weiter. Also wie gesagt, das Thema Spaß ist hier auch mit integriert und natürlich die Transportmöglichkeit. Hier haben wir nochmal einen Faktor des Sicherheitssystems, nämlich, wenn wir mit solchen Geschwindigkeiten uns vorwärts bewegen, dann wird uns vielleicht schon mal mulmig. Klar haben wir keine Kollisionsgefahr und so weiter, die Schienen sind, man sieht sie hier schon als Querschnitt. Schon ganz interessant, also mit einer Seilwand besteht hier absolut keine Analogie. Wir werden es gleich nochmal sehen, wie das Ganze aufgebaut ist. Aber worauf ich jetzt hier hinaus möchte, das ist hier dieses Anti-Entgleis-System. Hier an der Seite fährt dieses Rad mit, da stützt zugleich hier dieses Spezialrad, was wir auch gleich nochmal in Teile zerlegt sehen, ab. Und wir sehen hier schon am Rad, das Ganze ist sehr glatt und auch die Schiene ist sehr glatt. Wir haben hier wenig Reibung, dadurch haben wir auch wenig Lärm, was man ja von anderen Transportsystemen auch nicht unbedingt behaupten kann. Also im Verhältnis wesentlich weniger Lärm, auch ein wichtiger Punkt, der natürlich für diese Transporttechnologie spricht. Und hier durch dieses Rad haben wir eben eine Sicherheitsverbesserung um das Zehnfache. Hier im Bild sehen wir dann nochmal diese Stringschiene als Querschnitt. Wir haben es ja eben schon gesehen. Hier in der Mitte haben wir diesen String, das ist nichts anderes als ein Bündel vorgespannter Stahlbräte. Das Ganze ist umgeben mit dem Befestigungselement. Hier an der Seite wird das Ganze dann festgemacht am Schienengehäuse. Das natürlich auch besonders ist und sehr stabil ist. Und das Ganze wird dann noch ausgefüllt, eben mit diesem Füllmaterial, spezial betont. Hier könnte man auch in die Schiene mit integrieren, zum Beispiel diese Leitungen, diese Stromleitungen, Telefonleitungen und so weiter. Und hier ist natürlich Stringschiene als Hochbahnschiene. Hochbahnschiene. Oben haben wir diese Stahlkopfschiene. Und hier sieht man ganz, ganz deutlich, wie glatt das ist in Kombination mit dem Rad, sodass man einfach hier wenig Reibung hat. Bedingt durch die Reibung, bedingt durch viele andere Möglichkeiten haben wir auch einen extrem wenigen Energiebedarf. Im Verhältnis jetzt zum Beispiel, wenn ich eine Pneumatik, das heißt Luftreifentechnologie, verwenden würde, wie zum Beispiel der LKW habe. LKW, wenn der jetzt zum Beispiel, wie in unserem Fall hier, 5000 Kilogramm wiegen würde, sprich 5 Tonnen, und man müsste ihn mit 450 Stundenkilometer fahren lassen. Das ist gar nicht vorstellbar, aber man stellt sich vor, es wäre möglich, oder zum Beispiel ein hochwertiges Auto, das solche Geschwindigkeiten zurücklegen kann, allerdings nicht das Gewicht hat, dann würde man bei einer Luftreifentechnologie tatsächlich 1100 Kilowatt Strom benötigen. Hier bei diesem Modell, bei dieser Hochbahn oder Hängebahn, braucht man gerade mal 9,2 Kilowatt. Man muss sich das mal vorstellen, 9,2 zu 1100 Kilowatt. Hier sieht man ganz, ganz deutlich schon ein Beispiel, wie wenig Energie überhaupt benötigt wird. Und da wir ja wissen, Energie ist ein wichtiger Faktor in unserer Zukunft, ist das natürlich eine sehr, sehr ökologische Richtung, die hier Unitskin mit seiner Bahn einschlägt. Zudem kommt noch, hier rechts, es gibt natürlich je nach Gelände verschiedene Stringstrukturen. Wir haben hier die flexible, schnittfreie Stringstruktur. Schnittfrei ist immer wichtig, auch aus Sicherheitsgründen. Das sieht ähnlich aus wie bei einer Seilbahn, ist natürlich keine Seilbahn, aber wird wahrscheinlich in den entsprechenden Geländen im Gebirge vielleicht mit eingesetzt. Ich bin jetzt ja auch kein Ingenieur, ich habe mir das noch nicht genau angesehen. Fakt ist, es gibt dann noch das Hängebrückenmodell, das werden wir gleich nochmal näher sehen. Das ist eine halb starre Schnittstringe, Schienenstruktur. Jetzt wird es aber lustig. Man sieht auch hier unten nochmal, sieht wirklich aus wie bei einer Hängebrücke. Hier auf beiden Modellen könnte man 150 Stundenkilometer Geschwindigkeit fahren. Und im unteren, das ist dann die Schnellbahnstrecke, die starre Konstruktion. Bei der starren Konstruktion kann man bis 500 Stundenkilometer zurücklegen. Und hier in diese Konstruktion kann man natürlich auch definitiv diese für die Infrastruktur notwendigen Kabel mit verlagern. Im oberen wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger sein. Ganz genau, weiß ich es nicht. Im mittleren und im unteren, definitiv ist es möglich. Wir sehen hier auch noch das Beispiel, das mich von Anfang an fasziniert hat. Ich sage noch einmal, die Frauen interessieren sich nicht für Technik. Mich hat das total fasziniert. Denn hier in diesem Beispiel hat man die Gravitation genutzt. Gravitation ist einfach der Fachbegriff für Schwerkraft. Und zwar nutzt man hier die Schwerkraft auch aus, um einfach die Fahrzeuge nach unten vorwärts zu bewegen. Denn die Schwerkraft zieht uns ja zur Erde hin, sodass man hier keine Energieleistung braucht. Und dann nutzt man die Schwerkraft wieder im Gegensatz dazu aus, nämlich dass man nach oben weniger Bremsleistung braucht. Und so braucht man hier fast keine Energie, nur weil man hier diese Hängebrückenversion auswählt. Hier in diesem Beispiel ist es natürlich im Meer. Also auch schon mal ein deutliches Beispiel, dass man diese Türme im Meer draußen baut und die Bahn rausfahren kann, natürlich von der Stadt aus. Und die Häfen hier draußen sich dann bewegen können und weg vom Land. Diese Möglichkeit gibt es von 500 Meter bis 2000 Meter Distanz. Also wie gesagt, nicht unendlich, aber im Meer draußen oder bei bestimmten, wo man eine kürzere Distanzen hat, kann man das wunderbar mit integrieren. Und man spart hier einfach schon wesentliche Energie ein. Und Energieersparnis, das sollte einfach tatsächlich ein Zukunftsthema sein. Egal in welcher Branche. Hier haben wir einen Querschnitt dieses Rades nochmal. Hier haben wir die Transportfahrzeuge als, ja, wie sagt man, Stückgutbeladung. Mein Pfeil mag mich wieder mal nicht. Okay, dann nehme ich ihn ganz weg. Wir sehen ja hier den Gabelstapler, wie er Stückgut belädt. Dann sehen wir im nächsten Beispiel ein Hängemodell mit Schüttgutbeladung. Das dürften hier vielleicht Kohlen sein. Solange wir noch welche haben. Oder vielleicht irgendetwas, was man für Straßenbau braucht. Dann haben wir hier eine Schüttgutbeladung von oben. Interessant ist, ich glaube, eine Tonne, ein paar Sekunden kann man hier in diese Fahrzeuge beladen. Oder in drei Sekunden. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber extrem wenig Zeit. Und das während des Fahrens. Also auch hier sehr effektive Arbeitsweise. Hier haben wir ein paar Beispiele von Unibikes. Links von ein bis drei Personen ohne Tretmöglichkeit. Rechts ein und zwei Personen mit Tretmöglichkeit. Meines Wissens gibt es genau als Höchstanzahl fünf Personen. Also das heißt von ein bis fünf Personen. Und wie gesagt, hier verbindet man einfach die Merkmale des Verkehrs, des Transports mit eben Sport und Entertainment. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Projekt. In dieses Hauptprojekt fließen ja derzeit unsere Gelder. Das ist ja nicht immer so gewesen. In der Anfangszeit werden wir noch hören, ging es ja in die Entwicklung des Designs. Aber aktuell eben in die Bezahlung oder in die Herstellung dieses Öko-Technoparks eine ganz maßgebliche wichtige Rolle spielt. Er befindet sich in Mariana Korka. Das ist in der Nähe von Minsk. Und diesen Standort hat man auch ganz bewusst gewählt, weil er einfach geografisch klug gewählt ist. Es sind dort sehr viele Wissenschaftler und sehr gute Verkehrsanbindungen, was ja für so eine Technologie auch nicht ganz unerheblich ist. Dieser Technopark wurde ursprünglich veranlagt mit 300 Millionen US-Dollar. Aber man konnte wegen wichtiger Verbesserungen, zu denen ich gleich noch komme, schon einiges an Kosten einsparen. Meines Wissens schon fast 40 Prozent bis aktuell. Also die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht mehr, weil sich das natürlich immer verändert. Wir sehen hier hinten im Park, Moment, schauen wir mal, ob ich meinen Pfeil wieder mag. Hier hinten die Transportstraße, da haben wir ja gerade schon ein paar Fahrzeuge dazu gesehen. Hier hinten wird die Beladungsmöglichkeit sein. Hier vorne einfach geht es um die Kurve. Dann haben wir in der Mitte die Regional- und Stadtbahn eingebaut. Hier dieses Hängebrücken-Vorzeigemodell und diese Kurvenmodelle. Wenn die Bahn um die Kurve will, brauchen wir hier diese Kurventeile, die aber in der Stadt oder auch draußen häufig eben integriert werden in die Einstiegsmöglichkeiten. Wenn ihr euch an die Bilder erinnert am Anfang, man hat immer runde Türme. Das hat einfach die Begründung, dass wir diese Kurvenmodelle brauchen zum Wenden. Und hier sind sie halt als einfache Modelle hier dargestellt. Hier einmal und da hinten auch einmal. Hier vorne haben wir ein Gebäude, hier können Verträge unterschrieben werden, hier können Besuche abgestattet werden, hier werden die kleinen, die Miniaturbahnen aufgebaut sein. Und meines Wissens soll auch das später dann als Museum gelten. Und ganz vorne, das ist jetzt hier die wichtigste Trappe, die wird wahrscheinlich noch nicht so ganz sofort fertiggestellt werden. Meines Wissens haben wir jetzt hier dieses Gebäude. Das ist ein Ankerpfeiler. Den Begriff habe ich schon mal erwähnt heute. Wir brauchen diese Ankerpfeiler als Stabilisatoren. Dann haben wir immer wieder diese schmäleren Pfähle. Und die Ankerpfeile dienen in der Regel immer dazu zum Stabilisieren, aber auch als Zusteigemöglichkeit als Bahnhof. Und hier im Ökotechnopark soll hier dann nochmal einer gebaut werden, sodass man am Anfang nur diese Strecke hier fährt und später wird es dann langfristig hier bis hinten ausgebaut. Dieser Park dient, was ganz wichtig ist, der Präsentation. Präsentation, das ist die Technologie, muss ja auch betrachtet werden von demjenigen, der es gekauft werden, wie eben im Autohandel. Das neue Auto, das ich bewundern möchte, bevor ich es kaufe. Oder wer iPhone-Fan ist, wenn das neue iPhone rauskommt, dann gehe ich auch in den Laden und schaue mir das erstmal an. Oder wie ich, ich bin ein Samsung-Fan, dann gehe ich auch erstmal rein, schaue mir mein Modell an, passt das überhaupt für meine Bedürfnisse. Und so ist es auch hier mit diesem Ökopark. Die Interessenten werden sich das dort vor Ort anschauen und legen dann natürlich fest, wie möchten sie das Ganze in ihrem Land, wie stellen sie sich das vor und so weiter. Wir sehen hier rechts unten im Bild auch noch eine starre Konstruktion, nämlich hier eingebaut auch noch die Informations- und Kommunikation und Energieversorgungselemente. Hier haben wir Transportelemente als Hängemodell, hier auch noch ein Hängemodell mit Personen und hier eine Hochbahn. Man sieht hier interessant eben alles gleichzeitig zu bewegen. Und wer die Videos schon ein bisschen kennt, der hat ja auch gesehen, dass auch die ziemlich nah hintereinander fahren können. Meines Wissens braucht man nicht mal einen Fahrer, das wird alles elektronisch gesteuert, das Ganze. Also wirklich hochinteressant, was die sich da einfallen haben lassen. Da komme ich immer geradezu im Schwärmen. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem, was hilft uns eine Idee, wenn sie nicht umgesetzt werden kann, wenn sie nicht genehmigt wird. Und ein wichtiger Schritt, dazu hat Junitzki tatsächlich 15 Jahre kämpfen müssen, ist die Anerkennung seiner Technologie beim Verkehrsministerium in Russland und zwar als einsatzbereite Technologie, innovative Technologie. Dieses Schreiben ist einfach hier auf Russisch der Text, dass es anerkannt wurde. Dann kommen wir zu einem weiten, wesentlicheren Schritt, und diesen Mann hier haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Ich bleibe jetzt mal bei ihm. Rod Huck wird auch in Berlin sein, also ich freue mich sehr, wenn ich ihn sprechen höre, wenn ich ihn einfach von Natur aus erleben darf, denn er spielt gerade für uns im Westen, meines Erachtens, eine persönliche Meinung, eine wesentliche Rolle. Denn wir haben ja viele Jahre lang immer so dieses, ich sage es jetzt mal, deutlich Feindbild vielleicht gehabt von Russland, ich persönlich weniger, aber es hatte immer so einen komischen Beigeschmack. Und deshalb hat man gesagt, wenn in Russland was gebaut wird, heißt das noch lange nicht, dass es zu uns in den Westen kommt. Und deshalb ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, dass Rod Huck diese Technologie in den Westen gebracht hat. Er wurde von einer Investorin ein halbes Jahr bearbeitet, eine Investorin aus Australien. Er ist der Verkehrsminister von Australien gewesen, ist aber auch noch Transportunternehmer und deshalb einfach so interessant gewesen für die Investorin. Sie mochte ihn, sie kannte ihn aus seiner politischen Zeit, hat ihn dann eben bearbeitet, ein halbes Jahr, bis er dann im vergangenen Jahr nach Minsk gereist ist und sich dort vor Ort überzeugt hat von dieser fantastischen Technologie. Begeistert wie ich, hat er sich dann aufgemacht, hat in Australien eine Tochtergesellschaft gegründet und ist der, der dort am meisten jetzt schon für Furore sorgt mit dieser Technologie. Wir sehen hier im Bild die Universität in Flinders, das erste geplante Projekt, das sich im Moment leider etwas verzögert, aber das spielt keine Rolle. Es verzögert sich nicht, weil es Schwierigkeiten gibt, sondern weil es vergrößert wird und es hierzu noch einiger Genehmigungen bedarf. Diese Universität in Flinders hat eine besondere Herausforderung, nämlich man sieht hier schon, ein Pfeil, hoffentlich mag er mich wieder, dann sieht es hier schon, hier ist eine Straße und hier ist eine Straße und die hört hier auf, diese Straße. Warum? Hier hat man die Herausforderung eines Berges und diese Herausforderung soll sich jetzt die Skyway-Bahn zunutze machen und sie soll sich ihr stellen, denn da hinten soll man wieder eine Anbindung schaffen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und hier wird die erste Straße, zumindest die erste geplante Straße über einen Kilometer stattfinden. Ob es jetzt tatsächlich die erste sein wird in Australien oder ob noch ein anderes Projekt schneller sein wird, das wissen wir im Moment nicht. Wir wissen ja nicht, wie lange die Genehmigung dauert. Fakt ist, diese Sache steht und es sind auch noch mehrere in Planung. Rothoek ist ja ständig unterwegs, versucht hier auch die ganzen Regierungen, die Städte zu überzeugen, zum Beispiel statt einer Straßenbahn wie zum Jünli war, hier diese Skyway-Bahn zu integrieren, die einfach kostengünstiger ist, die besser zu integrieren ist, die weniger Aufwand bedarf und sich eben auf dieser zweiten Ebene bewegt. Also hier will man eben die Studenten von A nach B, nämlich vom Campus, von der Uni zum Campus. befördern. Hier im Bild sehen wir, was auch natürlich nicht unwesentlich ist. Hier wieder Rothoek mit Junitzki. Hier planen sie gerade und das steht auch in der Zeitung, dieser Artikel über die Universität. Aber in Australien ist natürlich die Presse mittlerweile schon viel weiter. Dort hat auch der Advertiser schon berichtet über diese Projekte, die hier Rothoek plant, über seine Strategien, über seine Besuche in den einzelnen Orten, wo er einfach versucht, Regierungen, Stadträte und so weiter, von seiner Idee, von diesem Projekt zu überzeugen und sie dafür zu begeistern. Also Radio, Fernsehen, überall ist Skyway hier schon ein Thema. Und das Dritte, was wir jetzt noch sehen, das ist natürlich das, was wir diese Woche erleben dürfen, den wichtigen Meilenstein in Berlin, die Innotrans. Eine wichtige Verkehrsmesse, die in der Regel Maßstäbe setzt für die nächsten Jahrzehnte, sage ich jetzt mal, im Transportwesen. Diese Messe findet statt vom 20. bis 23. September. Am Abend wird es für diejenigen, die schon angemeldet sind und das Glück hatten, eine Karte zu bekommen, auch noch eine Abendveranstaltung geben, bei der Rothoek und Barborin, der Vorstand von Skydeck Capital, die beiden werden auf Englisch berichten, für uns Deutsche, glaube ich, wird der Tom uns helfen, für denjenigen, der es nicht so gut versteht. Ich bin jetzt auch nicht so perfekt, aber das meiste werde ich schon verstehen. Aber für diejenigen, die kein Englisch verstehen, wird Tom sich zur Verfügung stellen und das Ganze auch übersetzen. Diese Messe ist sehr von Bedeutung, denn dort werden sich natürlich viele schon das Ganze ansehen. Und ja, für uns Investoren, muss man sagen, hat das noch eine andere Bedeutung. Es kann sein, dass das natürlich auch langsam das Ende sein wird, für das Großprojekt zum Investieren. Nicht von heute auf morgen, keine Angst, aber jeder, der dabei sein möchte, sollte nicht zu lange warten, denn das wird natürlich Aufmerksamkeit erregen, auch von den Großinvestfirmen und dann kann es ganz, ganz schnell gehen. Und wir gehen sogar davon aus, dass mit Fertigstellen des Ökotechnoparks es vielleicht komplett vorbei ist. Also zumindest mit dem Großprojekt. Es wird dann noch kleinere Projekte geben, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Wir dürfen weiterhin Skyway empfehlen, aber dieses Großprojekt weltweit, das kann damit zu Ende sein. Ich kann Ihnen das nicht versprechen oder auch kann ich hundertprozentig sagen, dass es so ist, aber rechnen Sie lieber damit, wenn Sie dabei sein wollen, bevor Sie dann, ja, der Zug ohne Sie abgehört, im wahrsten Sinne des Wortes. So, und jetzt kommen wir zum wirtschaftlichen Teil, der speziell eben für uns Investoren interessant ist. Wer den Zug nicht ohne sich abfahren lassen möchte, der sollte hier ganz genau aufpassen, warum es so interessant ist. Aber bevor ich hierzu komme, muss ich leider, wir sind hier in Deutschland, ein paar Absicherungen sprechen, und zwar, es gibt einfach hier diese Rechtsprechung, es gibt Menschen, die sagen, okay, wenn ich was sage, dann ist das so. Ich kann Prognosen geben und ich werde diese Prognosen auch aussprechen, aber es gibt keine Zusicherungen dieser Ergebnisprognosen. Also, es gibt keine Sicherheit und keine Gewährleistung für das, was ich hier sage. Ja, also, ihr könnt mich hier für nicht belangen. Spaß beiseite. Das gibt es im Prinzip bei keinem Unternehmen, dass man eine Gewährleistung oder eine Sicherheit geben kann, bei keinem Start-up-Unternehmen, aber ich möchte es hier einfach in dieser Deutlichkeit sagen. Wir weisen darauf hin, dass jegliche Gewinn- oder Einkommensbeispiele sowie Prognosen auf mögliche Resultate und Auswirkungen, die durch den Erwerb von Anteilen auftreten können, lediglich Schätzungen sind und variieren. Also, wie gesagt, es gibt keine Sicherheit und Gewährleistung, gibt es im Prinzip nirgends. Ja, nur wir neigen oft dazu, dass wir einfach diese Sicherheit oder diese Gewährleistung haben wollen und darauf bestehen. Deshalb muss ich das betonen. So, warum ist es so rentabel, bei Skyway-Investor zu sein? Da gibt es verschiedene Faktoren. Das eine ist natürlich die profitable Investitionsfinanzierung. Das heißt nichts anderes. Wir können im Moment tatsächlich die Anteile für einen halben Cent oder sogar weniger, je nach Menge, einkaufen. Und je größer die Unternehmenskapitalisierung wird, das heißt, je mehr Kapital das Unternehmen hat, desto größer wird natürlich der Wert unseres einzelnen Anteils. Und das kann tatsächlich, wenn jetzt hier Großinvestoren einsteigen, sich ganz schnell in Richtung halben Dollar, Dollar bewegen, vielleicht schon bis nächsten Jahres, Ende nächsten Jahres. Ich kann es nicht garantieren, bestimmt nicht. Aber wenn es nur 50 Cent sind, dann ist es schon extrem viel. Aber wie gesagt, das sind Prognosen und keine Garantien. Nur, wenn man so die Vergleiche anschaut, wie bei Facebook, sobald einfach Großinvestoren einsteigen, ist es meistens sehr schnell, dass hier ein Wachstum kommt. Dann kommt es später auch zu einem Börsengang, der ist definitiv geplant. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht. Es wird zwar schon teilweise mal von 2018 gesprochen. Ich persönlich finde es etwas verprügt und ich glaube auch nicht, dass es so schnell kommt. Das ist aber für uns auch gar nicht wichtig, denn es gibt andere Möglichkeiten, da komme ich gleich noch dazu. Zum Thema geistiges Eigentum. Natürlich hat sich Unitsky das Ganze patentieren lassen. Und allein diese Patente für diese Technologie wurden von externen Experten auf 400 Milliarden US-Dollar geschätzt. Also wir sprechen hier nicht von kleinen Brötchen. Und zum Thema Kooperationsperspektive, hier ist einfach gemeint, wir haben mit dieser transportlichen Technologie natürlich enorme Möglichkeiten für Kooperationsmaßnahmen. Wir können mit jedem Land diese, ich sage jetzt mal, kann Skyway diese, wie soll ich sagen, diese Verträge abschließen. Wenn irgendein Land sagt, ich möchte die Technologie haben, dann kann Unitsky und sein Team mit denen die Verträge abschließen. Und somit haben wir hier eine enorme Perspektive, wie es sie eigentlich bei wenigen Unternehmen überhaupt gibt. Also wenn ich hier von dir spreche, dann spreche ich nicht von mir, sondern einfach von dieser Technologie an sich. Und Unitsky natürlich und seinem Team. So, zum Thema, wie viele Anteile werden ausgegeben? Jedes Unternehmen gibt natürlich nicht unendlich viele Anteile aus, sondern man hat einen Schätzwert für dieses Unternehmen und man möchte natürlich den Hauptanteil in eigener Hand behalten, sodass man natürlich immer das Sagen hat. Aber es werden Aktien ausgegeben an Interessierte, an Private oder an Investfirmen und dieser Anteil beschränkt sich hier circa auf 15% und entspricht ungefähr gut 60 Milliarden Shares oder Anteile, die mit einem Wert von einem Dollar belegt wurden. Warum betone ich diesen Dollar so? Weil wir im Moment, sage ich jetzt mal, einen halben, bis einen Drittel Cent zahlen bei den Paketen, aber bei einer Wertsteigerung bis zu einem Dollar steuerfrei sind, weil der Wert hier in diesem Schreiben festgelegt wurde. Okay? Also, ganz wichtig, circa 15%, gut 60 Milliarden. Wenn die verkauft sind, dann ist es eben vorbei. Und das kann natürlich mit Großinvestoren ganz, ganz schnell passieren. Für uns aber dann auch von Vorteil, die schon dabei sind, weil damit steigt natürlich auch der Wert. Hier haben wir ein paar Beispiele. Diese Zertifikate führen immer wieder zur Verwirrung. Auch aktuell jetzt wieder, habe ich immer mitbekommen. Die liebe Jana hat ja ein tolles Beispiel mit diesen Bildern schon gemacht. Ich erkläre es noch mal kurz. Links im Bild sehen wir ein Zertifikat von mir, eines davon. Und zwar, dieses blaue Zertifikat bekommen wir immer übergangsmäßig von Skyway Capital. Die Begriffe werden wir gleich noch näher hören. Skyway Capital ist eine der Sammelstellen. Und einmal im Monat werden dann unsere Aktienpakete eingetragen bei der Firma, die das Ganze verwaltet und die verantwortlich ist für die Zertifikate für Unitsky. Nämlich der Eurasian Rail Skyway System Holding. Und sobald das der Fall ist, wird dieses blaue Zertifikat hier rot mit Candles durchkreuzt. Das heißt nicht, dass ihr Zertifikat wertlos ist oder ihre Aktien, sondern dieses Zertifikat ist dann unmöglich. Aber dafür ist es dann hier eingetragen bei der Firma. Dieses Extrakt oder Registerauszug ist für sie wirklich das Wichtigste überhaupt. Und wenn man möchte, kann man dann auch von der Firma dieses braune Zertifikat für 10 Dollar anfordern. Das wird einem dann per Post zugeschickt. Es ist aber nicht zwingend notwendig, dass wir dieses braune Zertifikat uns an die Wand hängen oder irgendwo depolieren. Wichtig für unseren Anteil ist nur dieses. Gut, ich gebe zu, ich persönlich werde mir bis auf das 100er alle meine Zertifikate hier gönnen. Ich finde sie nicht unglaublich schön. Ich habe schon eins zu Hause und das Blaue habe ich mir natürlich auch abgespeichert als Erinnerung. Aber wie gesagt, dieses wird dann wertlos sein und dieses wird dann an Gewicht gewinnen. Das wird das Einzige sein, aber das hier wird das Wichtigste überhaupt für sie sein. Keine Angst, wenn hier rot gehandelt ist, dann steht es einfach nur hier drinnen und sie können, wenn sie möchten, dieses hier anfordern. Passiert jetzt demnächst wieder, Ende des Monats, werden wieder einige eingetragen werden, meines Wissens, und dann werden wieder einige, die hier nicht zugehört haben, nervös werden. Okay, wo fließt mein Geld hin, wenn ich jetzt Investor bin, wenn ich beispielsweise wie hier niedergeschrieben 200 Dollar investiere. In unserem Fall geht das Ganze dann in eine der Sammelstellen, es gibt nämlich drei, Skyway Invest Group, RSV System, das war die erste überhaupt, und die Skyway Capital. Skyway Capital hat sich konzentriert auf den deutschsprachigen Markt, deshalb sind wir auch dabei, und das was bei denen das Interessante ist auch, soweit ich weiß, sind, dass die einzigen, die Ratern Zahlungspakete anbieten. Und das finde ich das ganz Besondere überhaupt, so kann sogar der ganz kleine Investor, der vielleicht noch auf den Lottogewinn hofft, sich den Lottogewinn hier über Skyway holen, nämlich indem er einfach vielleicht 25 Dollar im Monat oder 50 Dollar im Monat einfach investiert und hier auch mitmacht und hier wirklich ganz große Möglichkeiten hat. Aber diese drei Sammelstellen, die sammeln und das Geld fließt dann in die Global Transport Invest Incorporation, die GTI, das ist die Exekutive, ausführende Kraft. Und zwar hängen hier natürlich die Ingenieure dran, das sehen wir hier, das ZAO, das ist die russische Abkürzung für Konstruktionsbüro für Stringtechnologie. Diese beiden Herren, die sehen schon so klug aus mit ihren Krawatten, diese planen hier diese ganze Technologie und die planen natürlich auch wie das Geld ausgegeben wird, nämlich aktuell eben für den Ökotechnopark, für das Projekt selber, für den Grundstückserwert, Baugenehmigung, Businessplan, vertragliche Pakete mit den Anwälten und so weiter, muss ja alles gemacht werden, kostet Geld. Was ich so faszinierend auch finde bei dem Unternehmen, die arbeiten so kostenorientiert, dass es mich einfach immer wieder fasziniert, je mehr, dass ich hier drüber erfahre. So, jetzt haben wir das Geld ausgegeben, wir wissen jetzt, wer unser Geld ausgibt, nämlich eben das ZAO, das Konstruktionsbüro, im Moment für den Ökotechnopark, jetzt machen wir meinen Pfeil wieder nicht, so und jetzt wollen wir wissen, okay, wer garantiert mir denn jetzt für mein Geld, das ich ausgegeben habe, der macht mich absolut nicht und das ist natürlich Unitskey mit seinem Team, der als Garantiegeber uns diese Zertifikate gibt und zwar in Form von diesen Fun-Scheinen, diesen Zertifikat, diesen braunen später, am Anfang vergehen die blauen, aber später dann die braunen und Unitskey macht das natürlich nicht selber, der hat Besseres zu tun, der hat hier einen Vertrag geschlossen mit einer Holding, der Eurasian Rail Skyway System Holding und diese Holding wickelt einfach das Ganze drumherum ab. So und somit sind diese beiden verantwortlich für unsere Zertifikate und deshalb steht auch diese Eurasian Rail Skyway System Holding auf unserem Zertifikat, kurz eben E-R-S-S-H ich spreche mir immer, fasst die Zunge ab. So und somit sind wir vom Investor mit 200 Dollar Aktionär geworden für 20.000 Stück in diesem Beispiel. Ich muss dazu sagen, das ist im Moment ein relativ ungünstiges Beispiel, es hätte einen Discount, das sehen wir jetzt gleich von 1 zu 100. Jetzt kommen wir zu einem neuen Begriff, schon recht spannend, wenn man das erste Mal hört, nämlich zu dem Begriff Discount. Das heißt nichts anderes als dass ich für einen Dollar 100 Anteile bekomme. So, jetzt wenn ich 200 investiere, 200 Dollar bekomme ich 20.000 Aktien, das heißt 1 Dollar 100. So viel können wir alle rechnen. So, jetzt gehen wir davon aus, wir haben ja gehört, dass einfach diese Aktien mit einem Dollar Wert festgelegt wurden und bis zu einem Dollar ist das Ganze demnach auch garantiert steuerfrei. Normalerweise, wenn ich Aktien kaufe und Aktien erträge habe, weiß ich zum Beispiel, zahlst du ungefähr so 25% an dieser Kapitalertrag steuert, überall anders, deshalb muss man sich dann natürlich informieren, wenn es mal ertragreicher wird. Aber das wird für uns erst zum Tragen kommen, wenn es mehr als ein Dollar wert ist. Bis zu einem Dollar wurde in diesem Schriftstück mit diesem Value, diesen Wert festgelegt. Und bei einem Dollar hätten wir dann in diesem Beispiel eine Rendite, das sehen wir hier hinten, von 19.800. Ist schon eine Rendite, die schon sehr interessant ist. Natürlich ist es ein Start-up-Unternehmen, natürlich kann ich nicht nächstes Jahr im Frühjahr sagen, ich brauche mein Geld wieder. Deshalb sollte man nur investieren, was man im Moment nicht dringend braucht und wo man sagt, okay, ich kann ja abwarten, bis es zumindest mal diesen Dollar wert wird, weil unter einem Dollar würde ich Ihnen nicht unbedingt empfehlen, zu verkaufen. Steht natürlich jedem frei, denn ist auch geplant, vielleicht schon im nächsten Jahr, das sind zumindest die Aussagen von Herrn Matloff mal gewesen, dass man einen internen Handel plant. Bei diesem internen Handel wird es die Möglichkeit geben, dass ein Privatinvestor, ein Fremder zum Beispiel von uns Anteile erwirbt oder dass auch die Firma wieder versucht, von uns Anteile zurückzukaufen, um sie vielleicht wieder anderweitig weiterzugeben. Also dieser interne Handel ist dazu verantwortlich, dass wir, wie es normal üblich ist, bei Startup-Unternehmen nicht drei bis fünf Jahre warten müssen für die Rücknahme, sondern dass das vielleicht schon nächstes Jahr sein wird. Und wenn wir uns eben nur vorstellen, was das ist, bei den größeren Paketen, die werden wir gleich sehen, wird es noch viel lukrativer, dann wird vielleicht der eine oder andere so wie ich es machen, sagen, okay, ich kaufe mir gleich ein größeres Paket, wenn es mal einen Dollar wert ist, dann verkaufe ich vielleicht schon mal ein bisschen was, damit die auch schon mal was haben, beim anderen warte ich dann bis an die Börse geht und dann lebe ich dann vielleicht mal von den Dividenden ganz gut. Also das kann jeder selbst für sich entscheiden, wie er möchte. Hier haben wir ein paar Beispiele von Paketen, das eine sind hier Kinderpakete, die kann man speziell auf Kinder ausstellen lassen und dürfen auch die Kinder dann erst mit 18 verkaufen und das hier unten sind die klassischen Ratenzahlungspakete, die jetzt die meistverkauftesten sind, gehen jetzt von 25 Dollar im Monat, 50 im Monat, 100 im Monat bis 200 im Monat und wenn man eine Doppelrate bezahlt, dann bekommt man noch diese Zusatzshare, so dass es hier zum Beispiel über 35 werden, hier über 81.000, hier 235.000 und hier 549.000. Interessant ist auch, je mehr ich investiere, desto mehr Discount habe ich, das heißt, je mehr Anteile bekomme ich für einen Dollar. Es reicht jetzt hier von hier vorne von 1.000 zu 141.000 bis im letzten Paket bei 1.000 zu 305.000. Hier sind es 235.000 und hier sind es meine ich wissen, 204.000 bis 205.000 für einen Dollar. Also man sieht schon, je mehr man natürlich investiert, desto mehr Anteile bekommt man im Verhältnis. Hier unten bei den Großpaketen wird es natürlich noch größer. Ich meine, man kann hier von 10 Raten auf 5.000, auf 2.500 und so weiter auf 500 auch machen. Dann gibt es auch noch ein paar Pakete, ein paar Pakete, wo ich auf einmal Zahlung machen kann, zum Beispiel 5.000 auf einmal, 10.000 auf einmal bis 50.000 auf einmal. Wer mehr möchte, darf natürlich auch. Dann verhandeln wir separat mit der Firma. Und hier haben wir noch die speziellen Innotrans-Pakete. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob die im Moment noch gültig sind. Bei 1.000 wäre es noch interessant, kann ich aber auch oben das Ratenzahlungspaket nehmen, ist das gleiche. Bloß hier würde man noch den Eintritt zur Innotrans-Rückwirkung bekommen. Beim zweiten, wenn ich die 2 nutze, Achtung, da muss ich sagen, ist es schon nicht mehr interessant, weil definitiv hier hätten wir bei 2 Paketen 505.000 und beim 1.800 auf Ratenzahlung hätte ich 545.000. Also bitte, wenn man sich etwas aussucht, dann genau hinschauen und genau durchrechnen. Weil wir natürlich auch nicht immer alles durchgerechnet haben und manchmal kommen dann, kommen sie dann zu uns, warum habt ihr uns das nicht gesagt? Manchmal wissen es wir einfach auch nicht, weil es vielleicht nicht unser Thema ist in dieser Größenordnung. Die Etappen der Technologie, am Anfang hatten wir natürlich die Entwicklungsphase von Julitsky von 1978, er begann ja 1977 mit seiner Idee bis 2014. Er hätte natürlich diese Technologie auch an jemanden verkaufen können, hat es aber nicht gemacht, weil er einfach das nicht aus der Hand geben wollte, hat den Weg gewählt, was einzigartig ist, nämlich dieses Crowdfunding, diese Möglichkeit, dass wir als Privat Investoren hier mitspielen dürfen, mitinvestieren dürfen und so hat man 2014 bis 2015 das Design entwickelt. 2015 begannen dann die Bauvorhaben, vor allem in der Öko-Technopark im Juli. 2016 wird jetzt, wir stehen jetzt kurz vor der Fertigstellung des Öko-Technoparks, Oktober, November ungefähr rechnen wir damit und dann beginnt natürlich die Phase der Demonstration und der Zertifizierung dieser Technologie und im nächsten Jahr sind wir dann dort, was unglaublich ist, diese Möglichkeit, jetzt zu investieren, jetzt so günstig zu erwerben und nächstes Jahr schon die Markteinführung, das ist tatsächlich einzigartig. Wir befinden uns jetzt in der Phase 7, noch, wir sind also kurz vor Ende, wir wissen, wir rechnen jeden Tag, jede Woche, dass es vorbei sein kann, je nachdem, was jetzt noch reinkommt, aber bitte, wer noch investieren will, nicht auf den letzten Drücker warten, wenn wir noch eine Woche haben, erfahrungsgemäß, wenn es dann aufs Ende zugeht, bricht oft mal die Webseite ein, dann gibt es Schwierigkeiten mit den Zahlungen und so weiter, bitte, bitte, bitte nicht auf den letzten Tag warten. Hier haben wir im Moment noch die Rendite, 1 zu 36, wäre zum Beispiel, wenn ich nur 15 Dollar investieren würde, aber bei den Paketen ist es bei 1 zu 140, 1 zu 150 bis 1 zu 400 bei den Großpaketen. Das war natürlich immer ein bisschen anders, die am Anfang dabei waren, haben noch ganz andere Renditen gehabt, das sieht man hier ganz deutlich, aber gut, die haben ja auch viel längere Wartezeit gehabt, ja, viel höheres Risiko, heute, wir haben doch gar kein Risiko mehr, wir wissen doch, der Park steht bald, es geht jetzt los und so weiter, das wussten die am Anfang nicht und deshalb haben die natürlich auch noch ganz andere Raten gehabt. Wir sind jetzt in Phase 7 noch, man sieht hier, bis Juli, das Ganze hat sich aber jetzt verzögert bis September, September, vielleicht sogar Anfang Oktober, wenn wir Glück haben, dann haben wir noch ein bisschen Zeit, unsere Freunde, Bekannte, wen wir noch kennen, zu informieren, ihnen diese Chance zu bieten, jeder darf diese Chance nutzen, wir haben es nicht nötig, irgendjemanden zu überzeugen, bitte macht das nicht, jeder muss das für sich entscheiden, meine Entscheidung war damals, nö, nö, mir ist das Risiko viel zu groß, nicht mitzuspielen, weil wenn es dann wirklich so weit kommt und ich wusste damals nichts und ich habe dann nicht mitgespielt, dann ärgere ich mich fürchterlich, das Risiko wollte ich nicht eingehen. Heute weiß ich natürlich etwas mehr und sehe eigentlich das Risiko gar nicht mehr so wie damals, aber ich musste mich ja innerhalb von, ja, das war nicht so einfach. So, und wenn die Phase 1 bis 8 abgeschlossen ist, sind 36 Milliarden Anteile verkauft, das kann jetzt sehr, sehr schnell gehen, wenn die Großinvestoren dazu kommen, bei Phase 10 oder 11, können wir dann schon bei einem Dollar sein, habe ich mal irgendwo gehört, ist aber nur ein Hörensagen, also legt mich bitte nicht drauf fest. Hier haben wir die Sammelstellen von Skyway Capital, die sie weltweit sind, also es sind schon einige, im deutschsprachigen Bereich sind wir ein kleines Licht, also geht nicht davon aus, dass wir hier groß mitspielen, noch nicht, es begann ja auch erst vor ein paar Monaten, aber wenn wir alle aktiv sind und alle unsere Freunde, Bekannte oder die Leute, die wir kennen, diese Chance bieten, sie können sie nutzen oder auch nicht, dann wird sich das ganz schnell ändern, das merken wir schon allein hier in meiner Gruppe, was dann passiert. Hier nochmal Bilder vom Öko-Technopark in der Bauphase, rechts natürlich ein Plan, links unten das Gebäude, mein Teil spielt hier auch wieder ein bisschen mit, hier das Gebäude, das dann später als Museum oder als Vorzeigegebäude dient, hier eine Stringschiene, so wird es dann im Park aussehen, die Bäume sind natürlich noch nicht so groß, die haben wir erst die ersten gepflanzt, mal schauen, wann ich meinen pflanze und hier oben ist zum Beispiel ein Muster von diesem Bahnhofsgebäude, das wird hier vorne sein und hier hinten soll dann auch noch eins sein, das ist auch schon im Bau. Hier ist nochmal Mariana Gorka in Belarus, in Weißrussland, in der Nähe von Minsk. Wie gesagt, das habe ich ja alles hier schon erklärt. da bin ich ja im Prinzip schon soweit am Ende anbelangt von der Präsentation und jetzt komme ich noch zu den wichtigsten News dieser Woche. und zwar, ja, ich beginne jetzt erst mal mit den Bildern, wie sieht es denn im Moment in Berlin aus, wer Facebook hat und neugierig war, der kennt die Bilder schon. Ich zeige sie einfach, es ist nicht jeder in Facebook drinnen. Hier, man sieht schon alles noch in Arbeit, das Bild hier gefällt mir besonders gut, man sieht schon, was hier draus wird, nämlich die Stadtbahn, nicht gerade klein. dann natürlich hier auch alles im Aufbau einige Bilder, hier, man sieht schon russisch, also einfach ein paar Bilder, wie sich das Ganze jetzt abspielt in den letzten Tagen. Wir hoffen, dass es nächste Woche, wenn wir dort ein bisschen mehr gibt, hier ist der Future Mobility Park, Mobility Park, da werden dann eben die Fahrzeuge stehen. Hier werden sie glaube ich gerade entladen, ein paar glückliche durften ja dabei sein. Was haben wir denn hier noch? Hier auch ein Außenteil, schön zu erkennen. Schauen, ob ich noch was zu bieten habe. Nein, jetzt habe ich die wichtigsten Bilder gezeigt, also ich habe die gemeint, die einfach vielleicht interessieren könnten. Mich interessieren vor allen Dingen diese Bauteile, Bauteile, wie das so aussieht, also es ist schon faszinierend. So, und dann komme ich noch zu einer wichtigen Information aus dieser Woche. Ich werde mir hier ein bisschen einen Zettel dazu nehmen, damit ich nichts Falsches erzähle. Nämlich am 14. September fand ein Treffen statt zwischen Junitzki, also dem Chef der Technologie, und der Schweizer Beratungsfirma Castor, nämlich der verantwortlichen Dame der Dorothea Jäger, und dem Vertreter der indischen Gemeinschaft in der Schweiz, oh, Razzino der Rom, also bitte, legt mich nicht fest. Spielt auch keine Rolle. Das heißt, in der Schweiz und in Indien ist Interesse da. Man diskutiert hier über die Vorteile dieser Skyway-Technologie im Vergleich zu den herkömmlichen Methoden, wie zum Beispiel im Gebirgsgelände ist ja die Seilbahn immer so ein Thema. Man diskutiert, ob man nicht hier die Skyway-Bahn hier einbauen könnte. Dann vor allen Dingen in Indien ist interessant, nämlich in der Gebirgsgegend des Bundesstaates Himalayan Pradesh im Norden des Landes, dass man hier diese Bahn integriert. Und auch das Baukonzept Smart City, da gibt es ja auch dieses Video drüber mit dieser Smart City. Auch das wird hier besprochen für die Stadt Damashala, und zwar der Residenz des Dalai Lama. Also wenn das nicht interessant ist, dann weiß ich nicht mehr. Also wir sehen schon, egal was ist, jede Woche gibt es irgendwas Neues, Interessantes, das schon mal spruchreich ist. Ich spreche jetzt nicht davon, von den Sachen, die noch im Hintergrund laufen, die nicht spruchreich sind. Also wir sehen, es wird immer interessanter, die Spannung wächst. Für alle, die nach Berlin kommen, ich persönlich freue mich riesig drauf. Wer, wie gesagt, in die WhatsApp-Gruppe von mir noch aufgenommen werden möchte, schreibt mich in Skype an, gibt mir seine Handynummer, wenn ihr WhatsApp habt, und ich nehme ihn auf, und wir werden Bilder schicken, wir werden euch informieren. Und ich denke mal, die Jana ist ja, glaube ich, mit da. Sie wird wahrscheinlich auch Facebook füttern, dann mit Bildern, davon gehe ich jetzt mal aus, das macht sie ja immer so ganz toll. Hier nochmal ein herzliches Dankeschön an die Jana, wo ja leider sehr viel Böses geschrieben wird. Ich finde es eine Frechheit, weil es gibt niemand Seriöseres wie die Jana, ich möchte es ja auch nochmal deutlich sagen. Wohlgemerkt, das ist ja immer noch das ist ja immer noch was ich habe. . Vielen Dank.